Frühlingsgefühle beim DSDS-Sieger, was Ramon Roseli süchtig macht Wiedemar, seit seinem unglaublichen Rekordkarriere-Start bei DSDS hat Ramon Roseli, 30, immer wieder gezeigt, weshalb er zu den spannendsten Stimmen in der aktuellen Popschlager-Landschaft zählt. Denn in diesen vier Jahren konnte der sympathische Sachse nicht nur zwei Nummer-2-Alben in Folge, sondern auch eine Nummer-1-Single verbuchen. Jetzt setzt Ramon voll auf Frühlingsgefühle. Nachdem sein letzter großer Sommerhit Bella Vita unlängst zum Song des Jahres 2023, Schlagerplanet Radio Award, gewählt wurde, schlägt Ramon Roseli mit der Auftaktsingle süchtig nun das nächste Kapitel auf und eröffnet damit den Countdown zum gleichnamigen vierten Studioalbum, das am 23. August erscheinen soll. Eine Sucht ist nicht nur etwas Negatives. Es gibt auch viele schöne Dinge, nach denen man süchtig sein kann. Mein süchtig-Moment ist zum Beispiel Eisessen, sagt Ramon mit einem verschmitzten Lächeln. Klanglich geht sofort die Sonne auf, schon vor dem ersten Beat, und maximale Frühlingsgefühle machen sich breit, ich lächle sogar, wenn ich ne Rechnung krieg, freut sich der einstige Zirkusartist über diese urplötzliche Leichtigkeit, dieses unglaublich schwerelose Hochgefühl, mit dem er neuerdings durch die Welt geht. Ramon Rosalys Süchtig ist die ultimative Frühsommerhymne Der Grund ist natürlich einer von Amours Frühlingspfeilen, weshalb der Beat schon wenig später ordentlich galoppiert, so wie sein Herzschlag, den er offensichtlich kaum noch unter Kontrolle bekommt. Diese Art, wie du so lachst, ist das, was mich süchtig macht. Auch die 100% zeitgenössische Produktion, mit der sein neuestes Popschlager-Update daherkommt, versprüht von Anfang an dieses Gefühl, schon in den Strophen breitet sich diese Euphorie aus, und im Refrain kann man sich dieser Sucht dann unmöglich entziehen, wenn sein Gesang auch noch von sehnsüchtigen Chorgesängen umrahmt wird. Untertitelung des ZDF, 2020